Wir treten nicht... Tordal hat recht. Narlins Ländler... Hier ist es wirklich kalt. Wir müssen mit dem Aufbau unserer Siedlung beginnen. Die Arbeit wird uns warm halten. Wir sollten mit den anderen Dörfern Kontakt aufnehmen und herausfinden, wie wir ihnen helfen können. Alles klar. Ein Jäger sucht vergeblich nach Fertlante. Wie ihr wünscht. Beim Warte meiner Großmutter. Es steht uns doch tatsächlich jemand in diesem harten Winter bei. Wie ihr wünscht. Der Winter kam früh und wir haben nicht genug Getreide eingelagert. Einige Dorfbewohner gingen nach Seedir, um Getreide zu holen, doch sie sind noch nicht zurück. Normalerweise wären sie über die Nordstraße zurückgekommen. Wir vermuten, dass ihnen auf der Rückreise etwas zugestoßen ist. Könntet ihr nach Norden reisen, um herauszufinden, was aus unserer Getreidelieferung geworden ist? Das Leben ist hart hier in frostklirrenden Norden. Der Winter kam früh, diese... Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas weniger. Und jetzt hat ein Gewitter auch noch unsere Schafe verjagt. Sie könnten etwas Hilfe gebrauchen. Findet die Schafe. Dann werden sie zu ihren Weiten zurückkehren. Euer Pferd sieht kräftig aus. Das sollte euch doch ein leichtes sein. Auf euren Befehl. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Seed! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Hurra! Unsere Schafe sind wieder auf ihren Weiden. Nun können wir euch welche verkaufen. Falls ihr möchtet. Normalerweise bekommen wir aus dem anderen Dorf Kleidung und Tausch gegen unsere Waren. Doch in diesem Jahr können wir nicht einmal genug für uns selbst produzieren. Echte Narle in dir spüren die Kräfte nicht. Aber einige von uns würden sich trotzdem über warme Wollkleidung freuen. Oh nein! Oh nein! Die Wölfe sind zurück! Das Getreide ist immer noch in der Hütte. Könnt ihr es für uns holen? Ihr habt unser Getreide gefunden. Wir haben ein Territorium eingenommen. Auf euren Befehl! Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Das Lagerhaus ist voll. Ein Karren mit Ruhstappen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ich habe immer etwas nach und für mich, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe gebe. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ach, mein Freund. Die Kleidung, die ihr geschickt habt, hat gerade recht. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Alles klar. Danke für die Nahrung. Ihr scheint euch unserem rauen Klima schnell angepasst zu haben. Auf euren Befehl. In der großen Höhle westlich von hier leben riesige schwarze Bären. Diese wilden Bestien sind mit großem Hunger aus dem Winterschlaf erwart. Und bedrohen nun unser Dorf. In der Nähe der Höhle ist eine Feuerstelle. Wenn ihr dort ein Feuer entzündet, könnt ihr die Bären ausräuchern. Wie ihr wünscht. Das Feuer brennt. Das wird die Bestien aus ihrer Höhle treiben. Vorsicht, sie werden wütend sein. Die wilden Bestien sind aus ihrer Höhle gekommen. Ihr müsst sie besiegen und unser Dorf beschützen. Wir haben ein Territorium in Genome. Ihr habt die Bären erschlagen. Seht. Sie haben Honigwaben in ihrer Höhle. Wir liefern sie zu eurem Lagerhaus. Daraus lässt sich ein vorkräftlicher Mehl herstellen. Endlich ist der Winter vorüber und das Eis schmilzt. Bald schon werden unsere Drachenboote zurückkehren. Vollgeladen mit Kriegern und Vorräten. Unsere Wikingerbrüder werden durstig sein, wenn sie zurückkehren. Wir brauchen Mehl. Viel Mehl. Ihr habt unseren Dorfhorn sehr geholfen. Aber wie wäre es noch mit etwas Mild, um das Ende des harten Winters zu feiern? Unsere Truppen werden angegriffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Wir haben ein Territorium eingenommen. Mit eurer Erinnerung. Mit eurer Erinnerung. Eine Erinnerung.